Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 3,8 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, ich habe unsere komplette Wohnung auf elektrische Rollladen umgebaut und haben dabei Startmotoren von Jaroleft verwendet. Da ich keine Schalter speziell mehr am Fenster haben wollte, habe ich mich für Funkmotoren entschieden. Da mir die Fernbedienungen nicht gefallen habe ich mich für Funkwandtaster entschieden. Wir setzen den TDA C01W und TDA C08W ein. An der Funkleistung innerhalb der einzelnen Räume ist nichts auszusetzen. Bei der Zentralsteuerung im Wohnzimmer wird die ganze Wohnung gut abgedeckt. Die Strecke zu jedem Motor beträgt ca. zwischen 5-7 Meter. Die Taster lassen sich auch gut in bestehende Schalterprogramme einbinden. Wir haben in unserer kompletten Wohnung das Busch- und Jägerschalter- und Steckdosenprogramm ausgewechselt. Wir sind zur Bund Future Linear Serie gewechselt und haben die Taster direkt mit eingebunden. Diese passen mittels einer Adapterplatte in einen Blendrahmen hinein. Da wir allerdings keine Unterputztaster haben, müssen die Taster im Adapter und im Blendrahmen irgendwie fixiert werden. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.